Warnung! Bitte vor dem Spielen lesen! Ein kleiner Prozentsatz von Menschen kann Unbehagen oder Anfälle bekommen, wenn sie blinkenden Lichtern ausgesetzt sind. Also sei bitte vorsichtig, wenn du empfindlich auf blinkende Bilder, Blut oder Gewalt reagierst. Es gibt selten etwas anderes, als das in Happy Game zu sehen. Ähm, ist das gut? Happy Game zeigt auch verschiedene Fantasy-Charaktere, die ein höchst absurder und überzeichender Gewalt teilnehmen. Oh, fröhliche Weihnachten! Du wirst oft Blut auf dem Boden sehen. Was? Ich will mehr davon lesen, das war so schön. Amanita Design präsentiert Happy Game. Oh! Oh, so glücklich. Oh, ich bin jetzt schon happy. Okay, warte. Ich setze mich mal schöner hin. Guck mal, das sind wir, glaube ich, ne? Müde. Oh, bin ich wieder müde. Ich geh ins Reierbettchen. Nacht die Nacht. Ich bleib einfach lieben. Ich steh nicht auf. Okay, okay. Oh, es ist nachts. Oh, es ist nachts. Oh, es ist nachts. Okay, ich geh mal hin. Das ist eigentlich n schöner Gesang. Wenn man genau hinhört, ist es n schöner Gesang. Oh, Geschenke. Oh, Geschenke. Guck mal. Was heißt... Was heißt... Oh, ein Schwein. Ein Schweinchen. Ein süßes kleine Schwein. Guck mal. Da geh ich mal... Oh, ich krieg... Ich komm nicht hin. Oh, ich komm nicht hin. Und hier? Schweinischwein. So ein Liebeslachen vom Schweinischwein. Und ein Tobi-Lein mit Hut. Ein Tobi mit Hut. Tobi! Äh. Äh. Oh, okay. Äh. Okay, warte. Boi, oi, o, 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 oing. Okay, ich will aber über mich hinauswachsen. Ich würd gern nach oben wachsen, statt nach unten. Geht aber nur so weit. Ärgerlich. Kann ich da hin? Nee. Okay, dann warten wir auf die Hand, ja? Oh, warte, warte. Ich muss kurz Tobis Genital greifen. Da ist sehr viel Platz. Tschüss Tobi! Das ist ja wie Kinderüberraschung. Oh, okay. Okay. Eine Matroschka. Was? Ich... Okay, verstehe, verstehe. Ich muss doch mal ordentlich die Glocken bimmeln. Okay, ja klar. Oh, drei Spielzeuge mal jetzt. Das ist ein richtiges Happy-Game. Oh, fußball. FIFA-Pack-Opening-Booster-Pack. Oh, wisst ihr noch, wie wir damals Fußball gespielt haben am Spielplatz? Und dann hat German Let's Play uns den Fußball weggenommen. German Let's Play, gib mir den Fußball zurück! Oh, okay. Das ist aber kein normales Fußballverhalten. Warte. Ja! Fußball! Fußball für meinen Fußball! Ja! Kann ich auch im Licht stehen bleiben? Oh, ich will den... Oh, der Fußball! Wiss... Ähm... Okay, warte mal ganz kurz. Wenn ich... Kann ich zurücklaufen? Habe ich gerade einen Anti-Ball gesehen da hinten? Ich glaube, ich habe einen Anti-Ball gesehen. Shadow Ball! Oh, ein Köpfchen! Ja! Teddybär sitzt wieder. Okay. Wie der sich freut, wenn ich mit der Maus drübergehe. Cool. Teddy! Ja! Und Hampelmann, hopp! Und Hampelmann, hopp! Und Hampelmann, hopp! Bisschen Workout machen, ne? Oh, das ist ja noch was! Ja... Willst du haben? Willst du haben? Willst du haben? Das Leben ist voller Enttäuschung! Schade! Schade! Ist sehr doof! Naja! Nächstes Mal vielleicht! So, okay, warte! Ja! Und was ist, wenn ich hier wieder ausmache und dann runterziehe? Dann ist es gar nicht da! Und wenn ich jetzt hier anmache und da runterziehe? Uh! Okay, verstehe! Warte! 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 Habe ich da rumgespielt jetzt! Hier, halt mal für mich! So! Jetzt aber Vorsicht! Ja! Na komm! Das ist alles sehr gut. Ist ja auch ein Kopf. Ich glaube, ich muss die anderen Sachen hoch machen erstmal, ne? Warte, warte. Kann ich? Achso. Okay, warte mal. Ja! Oh, was für ein süßer Affenkopf. Gönn dir den Affenkopf, Junge, ne? Gönn dir Affenkopf. So, warte. Und dann... Oh, hier kann ich nichts mehr... Achso, jetzt kann ich hier draufsetzen einfach. Ja, was für ein süßer Affe. Wie er sich freut. Guck mal. Nice. Ganz normale Partymusik. Ähm. Äh. Was ist denn... Wo geht die Party? Hier geht die Party. Wo geht die Party? Hier geht die Party. Nee. Tja, wir haben alle Spaß. Ganz normaler Morgen nach der Party. Also, ich kenne das nur so. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht. Oh, Ball. Da ist der Ball schon wieder. Coole Party gemacht. Oh, die Musik ist so schön. Lauf zum Ball. Lauf zum Ball. Schnapp ihn dir. Oh. Und Teddys im Hintergrund. Das sind auch Pommesbieren. Pommesbieren. Lauter Pommesbieren im Hintergrund. Wie schön. Der erste Bär, der backen kann. Ähm. Pommesbieren. Super knusper gut. Ich meine, er lächelt. Unter dem Amazon-Logo ist auch immer dieses Lächeln. Ne? Da mit so einem Pfeil dran. Das muss also gut sein. Da gehe ich mal... Warte, er redet. Äh, äh. Händchen halten können wir nicht? Doch, können wir. Okay. Und die Füße? Ne. Leichter Durchzug aus der Mundhöhle. Oh, verstehe. Da wird die Haut aber nicht lange halten, glaube ich, ne? Wenn die Haut langsam schlaff wird, dann muss man die ein bisschen mit Tricks straffen. Ihr wisst ja, wer das ist. Ähm. Wenn ich jetzt hier... Ich hab... Was? 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 Ich... Oh. Ja... Mein Auge ist auch wie ein Fußball in klein. Ich... Ich hab einfach vorher nicht genug... ...Pilze... ...konsumiert. Okay, cool, 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 warte. Ja, Fußball! Fußball ist unser Leben! Es soll nichts anderes geben! Ach, die Musik ist so schön! Die Musik ist voll cool! Oh, spielende Kinder! Da will ich hier nicht viel mitspielen! Komm, wir spielen alle zusammen Fußball! Und werfen unsere Köpfe hoch! Dabei! Oh! Oh! Äh? Oh, nicht schon wieder! Oh! Oh, Mutti kommt! Der Mutti kommt! Oh! 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 Okay! Dann streichel ich euch! Ich halte mir die Augen zu und spiel verstecken! Okay, warte! Kann ich... Ich bin unsicher! Habe ich das richtig? Habe ich das richtig gemacht! Ja! Ich schlabber dich schlabber! Ähm... Ich... Weiß nicht genau! Ja! Meine Beine! Ähm... Ah! Ja, ja! Guck mal! Die beschämten Händchen! Warte, warte! Ja! Ja, ja! Oh! Oh, wie süß! Oh, die ist so süß, die Mutti! Da will man noch ein bisschen weiterspielen! Warte, warte! Sie schämt sich ein bisschen! Guck mal! Oh Gott! Ja, sie schämt sich! So! So! Und jetzt kommt der Ball gleich wieder raus, ne? Oh! Mama! Ich geh noch spielen nach draußen! Tschüss! Mama! Mama, noch fünf Minuten bitte! Wenn du zum Abendbrot kommen sollst! Mama? 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 Mama, fünf Minuten! Ich will nur schnell Fußball spielen! Mama, nein! Nein, Mama! Mama, ich will auch mal spielen! Nein! Ah! 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 So, warte geht's. Ja, spielen! Jetzt auch mit Enten und Spielzeug und Kindern, die ihre Köpfe verlieren. Ja! Das ist das beste Spiel. So. Fußball? Fußball? Ich weiß nicht genau. Oh, guck mal, so viel Spielzeug. So viel Spielzeug. Wer kennt das nicht aus seiner Kindheit? Ich finde das auch nicht sehr ungewöhnlich hier alles. Guck mal hier, flop. Das passt zusammen. Achso. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag, hallo. Ich grüße dich. Ja, möchtest du vielleicht ein Boot kaufen? Ja, ich habe sehr günstige Boote. Heute auch ein Sonderangebot. Sie müssen auch, wie Stan. Ähm, was möchte Stan? Dann möchte der... Guck mal, andere Sachen hier noch. Passt hier noch irgendwas zusammen? Hier fehlen über die Köpfe, ne? Ja. Okay, ich probiere nochmal rum, ne? Das sind die herabgesetzten Spielzeuge. Die sind aber ein bisschen günstiger. Ist das ein Sheriff? Er ist ein Sheriff. Da kann man nichts mitmachen, ne? Oh, wir hängen leider hier fest. Ich kann gar nicht... Die Musik ist aber echt schön. So, was kann ich denn machen? Wir müssen doch aufziehen, oder? Kann ich zum Klauen was irgendwie hier dran machen? Rudi aus Toy Story. Aber Sachen aufnehmen können wir auch nicht, ne? Die gehen alle noch nicht hier, ne? Junge, halt das doch mal wieder. Ach so. Hab's kaputt gemacht, leider. Ist das eine Hupe? Was ist das? Ah! Ah! Ja, ja, ich mach ja schon. Ich mach ja schon. So, Bedtime-Stories hab ich gerade freigeschaltet. Ich weiß nicht mehr warum. Ich hab... Ich hab keine Ahnung. So, ein Käffchen. Zum Kuss. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Aber wen können wir denn aufziehen? Hier ist alles kaputt. Den Rennfahrer eigentlich. Ich, oder? Ja, okay. So. Bin ganz ehrlich. Ganz normal. Ganz normales Rennfahrer-Verhalten. Ähm. Hier, ne? Nee, da. Ja. Ach so, du willst das haben. Ja, dann hol's dir doch. Hol's dir. Ich kann nicht noch weiterziehen. Es geht nicht. Es geht aber... Ich will ziehen, aber es geht nicht. Sieht aber auch süß aus. Kann ich hier nochmal... Ich fahr nochmal ne Runde, ja? Ich fahr mal ne Runde um den Block. Kurz mit dem AMG nochmal über die Ringe fahren. So, warte. Jetzt geht's aber, ne? Reiß ab! Reiß ab die Scheiße! Reiß die Scheiße ab, Junge! Der bemüht sich aber nicht mal, ne? So, warte. Ich mach nochmal... Na, guck mal. Ja, guck mal. Jetzt bin ich ja hier oben. Das ist doch scheiße. Ich glaube, unten ist richtig. Wir müssen irgendwie... Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Kann ich während der Fahrt vielleicht ziehen? Ich probier mal. Ne, kann ich nicht. Im Vorbeifahren geht leider nicht. Wollte ich gerade probieren, geht aber leider nicht. Ich glaube, wir müssen den Kopf auf den Körper unten links, ne? Auf diesen... Auf den Seestähnen hier. Oder, oder was immer das ist. Ich weiß aber nicht genau, wie wir den da hinkriegen. Ich hätte gedacht, der reißt den vielleicht ab. Aber macht der nicht. Ich probier nochmal. Ne andere Chance seh ich nicht. Äh, du ihn halt nicht. Aufziehen, deine Kopf festhalten. Ne, 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 ne. Ach, jetzt hat er ihn. Okay. Ging vorher nicht. Na los. Na los. Ja, sehr gut. Ne. Oh, Hundi. Ein süßes Hundi. Oh, guck mal, wie süß das Hundi. Wie süß das Hundi. Okay, warte. Komm, wir streicheln Hundi mal sehr fest. Da ist ne Mickey Maus Hand. Wieso ist da ne Mickey Maus Hand im Hund? Und Mickey Maus Hoden. Und Mickey Maus Auge. Und Mickey Maus Krähenfuß. Halt mal fest, bitte. Äh, okay. Auge. Wem fehlt denn hier ein Auge? Das ist süß. Oh. Hihi. Oh, Ludo. Oh, Junge. Ah, verstehe. Für die Trommel. Yeah, Breakbeats machen. Halt mal fest, gerade. Halt mal fest. Streck die Arme aus, aber hält nicht fest. Komm, nimm mal. So ist nämlich richtig. Ach, schade. Okay. Tschüss. So. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ähm. Aber. Ich hätte... Ach, hier. Ach, schade. Ich hätte gedacht, das wäre der Hasi-Körper. Aber es ist der hinter mir. Das Land des Lächelns. Das wird immer freundlicher. Das wird immer freundlicher. Guck mal. Oh. Das ist so süß einfach. Oh, so sweet. Oh, guck mal da, wie der lächelt. Hier, halt mal. Kann ich hier nochmal? Ja. Ja, das ist auch ein Lächeln hier, ne? Ich glaube, das ist auch ein Lächeln. Und dann ist noch... Ist das ein Hundekopf? Bärenkopf? Doppelbärenkopf? Ist das ein Doppelbärenkopf? Ist das hier ein Trippel-Augen-Spinnen-Augen-Bärenkopf? Ist das hier ein... So süße Köpfe, die danach wachsen. Oh, guck mal. Oh. Das ist aber schon... Deadmau520. Oh, das ist alles mega süß. Errungenschaft freigeschaltet. Heads off. Jetzt haben wir alle Köpfe gesehen, glaube ich. Okay. Dann wollen wir mal... Pippo-Clap. Äh. Pippo-Clap. Okay. Und... Ja. Hundi, was ist denn mit dir los? So, halt mal fest. Halt du auch mal fest. Was ist denn... Was ist denn... Die Beine geht nicht, ne? Ja, das... Äh. Ich... 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 Ich hab... Ich weiß... Okay, cool, cool, cool. Mhm, mhm, mhm. Der hat cheatet. Der hat gecheatet. Ja, du hast gecheatet. Hab ich genau gesehen. Eigentlich hier, aber ich glaub, so ein Auge ist es. Ne? Mhm, 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 mhm. Es müsste eigentlich hier sein, ne? Aber wahrscheinlich ist es jetzt hier. Es wird schon wieder hier. Bis jetzt war es immer links. Kann ich seinen Hut ab... Ähm. Was spiel ich hier? Ja, aber was ist das eigentlich? Was? Was? Ähm. Hä? Ich... 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 Das bin ich langsam. Ich bin langsam der Typ. Normales Entenverhalten. Ich... Ähm. Ähm. Ich melke die Ente noch ein bisschen, ja? Mal gucken, wie Blut in der Ente ist. Das wollen wir alle wissen, ne? Ah, ne, das lass ich mal. Da melke ich noch ein bisschen die Ente. Ich will die Mel... Ich will die Ente... Hä? Ich kann die Ente nicht mehr melken. Ich... Ich glaube, da ist nichts mehr drin. Hier, die anderen Sachen gehen auch nicht mehr, ne? Okay, warte. Gut, dann. Hallo, Kinder! Ich bin's Bubu, das Bärchen! Bubu hat euch was mitgebracht! Ich bin's Bubu, das Bärchen! Was? Was? Ja, 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 das ist, ja. Okay, warte. So, die, das ist jetzt da drin, warte mal. Warte. Alle tanzen! Ja, alle tanzen! Nein! Es hat genau nicht geklappt. Also nochmal. Ah! Nein, das darf doch nicht wahr sein! Oh! Timing ist alles. Okay, nochmal. Oh! Tim! Tim! Mal. 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 Oh, ah ja, jetzt. Juhu! Ja! Party-Time! Oh! Happy-Happy-Time! Ja, jetzt ist happy! Jetzt sind alle gut drauf! Was ist mit dem Fußball? Ja, der Fußball! Da liegt der sehr vertrauenswürdige Fußball! Morgen! Ja! Endlich haben wir den Fußball! Was soll schon passieren? Ja! Errungenschaft, freigestattet, Baller! Ja! 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 Nacht die Nacht! Ja! Ja! Na!